Ich freue mich, Ihnen heute Morgen ein Projekt des Bundesarchivs zur Digitalisierung von Quellen zur Weimarer Republik vorstellen zu können und damit verbunden das Quellenportal Weimar, die erste deutsche Demokratie. Um die Weimarer Republik kommt man im Moment quasi nicht drum rum. Sie ist jetzt sehr präsent in den Medien, was natürlich an den kommenden Jahrestagen liegt. 100 Jahre November-Revolution, 100 Jahre Frauenwahlrecht, 100 Jahre Wahl zur Nationalversammlung. Diese Jahrestage haben sich natürlich schon früh angekündigt und es war klar, dass diese Jahrestage auch eine erhöhte Nachfrage bei Nutzern auslösen würden. Nachfrage nach Archivgut. Also hatte das Bundesarchiv schon relativ früh Überlegungen für dieses Projekt gestartet. Wir haben im Herbst 2015 dieses Projekt begonnen mit ersten Überlegungen. Es ist ein Projekt, was auch längerfristig angelegt ist. Für den Bereich Schriftgut als Beispiel haben wir einen Rahmenvertrag für die Digitalisierung von Schriftgut abgeschlossen, der über vier Jahre läuft. Wir sind da im Jahr zwei der Digitalisierung, das heißt, das wird noch zwei weitere Jahre folgen. Das heißt für dieses Portal auch, wir sind im März 2018 online gegangen in einer ersten Ausbaustufe und es wird also sukzessive mindestens über diese zwei Jahre hinweg noch weiter bestückt und ausgebaut. Unser Projekt umfasst alle Archivaliengattungen, also nicht nur Schriftgut, sondern vor allem auch Film. Töne, Karten, Fotos und Plakate. Wir haben, um ein bisschen was zum Volumen, zur Größe des Projektes zu sagen, allein im Bereich Schriftgut investieren wir circa eine Million Euro in diesen Zeitraum über vier Jahre. Wir rechnen damit, dass wir circa vier Millionen einzelne Images erzeugen können, das heißt, wir werden circa 10.000 Akten digitalisieren können und rechnen damit, dass wir ungefähr vier Millionen einzelne Blätter, einzelne Digitalisate damit erhalten. Das ist natürlich ein Schätzwert, der von verschiedenen Parametern abhängt. Denkbar ist, dass die Zahl auch noch deutlich höher liegt, aber das ist eigentlich so die Mindestzahl, von der wir ausgehen. Zu den Rahmenbedingungen möchte ich gerne noch ergänzen, dass die Digitalisierung bei uns in einem gesamten strategischen Prozess steht oder eingebettet ist in eine gesamtstrategische Überlegung. Digitalisierung, wenn wir hier im Rahmen dieser Konferenz davon sprechen, sprechen wir eigentlich immer davon im Zusammenhang mit Zugang erleichtern, Zugang zu Archivgut erleichtern. Aber für uns als Archiv steht natürlich im ersten Schritt auch die Sicherung des Archivgutes. Wir machen Digitalisierung im ersten Schritt, um damit Archivgut zu sichern. Bisher war das Medium der Sicherung der Mikrofilm oder auch der Mikrofisch. Und durch die Weiterentwicklung der Technik, neue Technologie, hat jetzt die Digitalisierung die Mikroverfilmung abgelöst. Das heißt, dass das bei uns eben auch in einem größeren strategischen Rahmen steht und nicht als singuläres Projekt zu verstehen ist. Wir haben schon vor einigen Jahren Quellen zum Ersten Weltkrieg digitalisiert und die Quellen zur Weimarer Republik schließen daran an. Es werden weitere Projekte folgen, beziehungsweise die Digitalisierung wird als stetiger Prozess zukünftig weiter vorangetrieben. Zum einen oder überwiegend ist das natürlich eine systematisch geplante Digitalisierung, so wie hier bei dem Weimar-Portal, vor einem thematischen Hintergrund oder auch aus konservatorischen Gründen. Zunehmend möchten wir aber auch das Nutzerinteresse mit einbinden und eine Digitalisierung on Demand ermöglichen, also eine nutzergesteuerte Digitalisierung. Als wir das Projekt zur Weimarer Republik gestartet haben, hatten wir damals auch auf verschiedenen Plattformen, unter anderem bei Hasotskult, einen Aufruf gestartet, uns durchaus Themen zu nennen, in wissenschaftliche Forschungsthemen zu nennen, die relevant werden, damit wir eventuelle Quellen, die wir dazu haben, auch bei unserem Digitalisierungsvorhaben berücksichtigen können. Das ist jetzt nicht im großen Maße angenommen worden, aber es gab Feedback dazu, das ist ja schon mal sehr positiv. Wir konnten also einige Dinge damit auch stärker in den Fokus nehmen, die wir vielleicht vorher nicht so im Fokus hatten. Und es ist eigentlich etwas, was wir uns auch im stärkeren Austausch mit den Nutzern weiter zukünftig auch wünschen und weiter ausbauen möchten. Denn natürlich ist klar, bei unseren Überlegungen wollen wir natürlich auch nicht an dem Interesse der Nutzer vorbeiarbeiten. Bei diesem Volumen, was ich vorhin geschildert habe, muss natürlich trotz allem klar sein, die Mehrzahl unseres Archivgutes liegt weiterhin analog vor. Also Herr Heumann hatte gestern schon die Zahl genannt, wie viele Akten wir haben im Moment. Das beläuft sich auf eine Zahl von circa 400 Kilometern. Da ist natürlich klar, dass selbst mit den Bestrebungen, die ich jetzt geschildert habe, auch bei dem großen Volumen, was wir für die Digitalisierung einsetzen, letztendlich nur ein kleiner Teil in digitaler Form präsentiert werden kann. Ein Teil, der wachsen wird, aber natürlich ist es im Moment ein kleiner Teil. Wir verstehen es dann so, dass wir durchaus jetzt schon sehen, dass mit diesem digitalisierten Archivgut schon Fragestellungen ausschließlich behandelt werden können. Aber es ist natürlich auch ein bisschen so ein Fenster in die analoge Welt und soll ein bisschen funktionieren nach dem Motto, wenn wir hier schon so viel Interessantes sehen können, dann wird da sicher auch noch mehr in analoger Form sein. Warum machen wir das? Da habe ich jetzt schon einiges dazu gesagt. Natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Originale sichern und schonen wollen. Wenn wir zu einer Archivale ein hochwertiges Masterdigitalisat haben, wird das Original nicht mehr in die Nutzung gehen. Das heißt, die Nutzung erfolgt dann wirklich über das Sicherungsmedium. Ein großes Ziel ist natürlich, was wir mit so einem Projekt verknüpfen, die verstärkte Wahrnehmung. Wir wollen verstärkt sichtbar bleiben und mehr sichtbar werden. Gestern wurde hier wieder dieser geflügelte Satz zitiert, der ja wirklich seine Berechtigung hat. Was nicht im Netz ist, ist nicht in der Welt. Wir wollen aber mit unserem Archivgut in der Welt sein und weil wir der Meinung sind, man kann damit noch viele Fragen beantworten und man kann noch viele Fragen daran richten. Deswegen wollen wir möglichst präsent bleiben. Und natürlich vielleicht mit einem solchen Angebot, wie dieses Portal jetzt auch ist, neben der wissenschaftlichen Forschung, die wir als eine Hauptadressatengruppe haben, auch neue Nutzergruppen erschließen. Jüngere Nutzergruppen vielleicht auch, für die ein Weg in ein Archiv erst mal fremd ist. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir uns mit einem solchen Angebot, mit einer solchen Sichtbarwerdung auch eine stärkere Vernetzung mit anderen wissenschaftlichen Projekten wünschen, mit anderen Partnern. Das funktioniert auch schon ziemlich gut. Wir haben eine enge Kooperation mit dem Verein Weimarer Republik e.V. und haben zurzeit auch ein gemeinsames Forschungsprojekt, ein Projekt DFG gefördert mit dem Fitz Karlsruhe, der DNB und dem Landesarchiv Baden-Württemberg, federführend betrieben vom Landesarchiv Baden-Württemberg, wo es darum geht, das Archivportal D um einen sachthematischen Zugang beispielhaft an den Quellen zur Weimarer Republik aufzuweiten. Wenn man von Digitalisierung spricht, muss eigentlich auch klar sein, dass man von Auswahl spricht. Ich habe diese große Menge an Archivgut genannt. Wir treffen natürlich bei der Digitalisierung eine Auswahl. Wie die Kriterien da sind, hängt auch ein bisschen von dem jeweiligen Archivgut-Typ ab, von der Archivaliengattung. Bei den Tönen beispielsweise ist es nicht besonders schwer. Wir haben gar nicht viel Tonmaterial, da haben wir schlicht das digitalisiert, was da ist. Das mussten wir auch, weil es uns sonst im Grunde wegbröselt. Bei Filmen ist die Auswahl auch sehr stark dadurch bedingt, dass wir natürlich, wenn wir Filme online stellen wollen, in digitalisierter Form, die Rechte daran haben müssen. Die Prüfung bei den Filmwerken ist oft sehr komplex und daran kann es liegen, dass Filme dann zum Teil nicht in die erste Digitalisierungsauswahl kommen bzw. nicht online gestellt werden können. Beim Schriftgut erfolgt sicher die größte Auswahl, weil wir da die große Masse an Archivgut haben. Zum einen sind es thematische Kriterien, die da eine Rolle spielen. Wir haben hier für das Weimar-Portal vier Hauptthemen-Schwerpunkte benannt und haben dann natürlich gezielt auch Archivgut ausgewählt, was in diese Hauptthemenpunkte passt. Wichtig ist uns dabei, dass wir vor allen Dingen die sogenannten Leitbestände und Rückgratbestände berücksichtigen, die werden vordringlich digitalisiert. Das sind Bestände, die eine große Verdichtung an Informationen aufweisen, zum Beispiel der Bestand Reichskanzlei, weil einfach hier viele Informationen zusammengeflossen sind. Man kann mit solchen Beständen viele Fragestellungen bearbeiten und solche Bestände führen weiter zu anderen Beständen, sind also auch bei Recherchen und bei der Nutzung sehr hilfreich. Den konservatorischen Aspekt habe ich natürlich auch schon genannt, der spielt ganz klar eine große Rolle. Viel benutztes Archivgut wird auch bevorzugt digitalisiert, um die Originale zu schonen. So, das waren die Rahmenbedingungen. Ich habe diese Folien Ihnen erspart, weil ich gestern gemerkt habe, das wird alles zeitlich viel zu lang. Ich möchte jetzt wieder einsteigen, da wo ich Ihnen gerne dieses Portal ein bisschen näher bringen möchte und zeigen möchte. Der Aufbau des Portals ist dadurch bedingt, dass wir verschiedene Zugangsmöglichkeiten bieten möchten, als unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten, die sich dann auch an unterschiedliche Nutzergruppen richten können. Sie finden das übrigens unter www.weimar.bundesarchiv.de. Ich habe auch Flyer mitgebracht, wo natürlich die URL auch nochmal draufsteht. Die liegen hier aus. Bitte gerne einfach mitnehmen. Ein ereignisbezogener Zugang bietet der Zahlenstrahl, der ganz oben am Portal angesiedelt ist und sich an Tagesdaten orientiert, ereignisbezogen, wo dann tatsächlich einzelne Archivalien hervorgehoben, hinterlegt sind und aber auch wieder Links zu anderen Recherchesystemen zu finden sind. Dann gibt es als strukturierten Zugang den Zugang über die verschiedenen Archivaliengattungen, bei denen man direkt zu den jeweiligen Recherchesystemen geführt wird, wo dann auch die Digitalisate dahinter liegen. Das ist sicher ein Zugang, der sich an Nutzergruppen wendet, die vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit Archiv haben und schon eine gezieltere Suche vornehmen möchten. Das heißt aber auch, ich habe jetzt gesagt, die Digitalisate liegen in anderen Datenbanken. Das heißt, dass dieses Portal, was Sie hier sehen, eigentlich eine Art Dach ist. Es ist quasi oben drüber gesetzt über unsere ohnehin schon bestehenden Datenbanken, die wir auch weiter ausbauen und weiter pflegen, unabhängig von diesem Weimar-Projekt. Und das Weimar-Portal bietet nur einen gebündelten thematischen Zugang als Dach über die bereits bestehenden Portale. Das ist für die Akten das Recherchesystem Invenio, das aufbaut auf unserer Hauptarchiv-Datenbank-Basis. Hier finden Sie die Metadaten zu dem Schriftgut, auch zu Karten und perspektivisch zu Tönen. Direkt bei den Metadaten zu dem einzelnen Aktenband ist der Link zum jeweiligen Digitalisat hinterlegt. Hier öffnet sich ein Viewer und Sie können den gesamten Aktenband sehen. Auch eine Prämisse, die ich vorhin, glaube ich, nicht erwähnt habe. Wir digitalisieren nicht einzelne Dokumente, sondern immer nur den gesamten Aktenband, um den Kontext zu wahren. Und wenn es möglich ist, nicht nur den gesamten Aktenband, sondern auch, wenn es sich sinnvollerweise anbietet, durchaus ganze Klassifikationsgruppen oder auch Teilbestände und Bestände. Weil wir eben perspektivisch eine Art Cluster ermöglichen wollen, sodass es auch für Forschung interessant ist, dass sie nicht auf die singuläre Auswahl des Archivars angewiesen ist, sondern wirklich selbst in der Akte recherchieren kann. Invenio ist ein System, das sich auch im fortwährenden Ausbau befindet. In einer nächsten Ausbaustufe wird es beispielsweise möglich sein, gezielt nach Digitalisaten zu recherchieren. Für Bilder und Plakate ist die Recherchedatenbank die Bilddatenbank, die sicher einige von Ihnen auch kennen. Hier ist direkt auch als Downloadmöglichkeit ein Webshop-System hinterlegt. Eine solche Möglichkeit besteht für Schriftgut nicht aktuell. Perspektivisch ist durchaus denkbar, so etwas auch in Venio zu integrieren, aber ich habe schon gesagt, es ist ein System, was sich in der fortwährenden Weiterentwicklung befindet und das wird sicher noch einige Schritte bedürfen. Das dritte wichtige Recherchesystem ist die Filmothek für die Filme des Bundesarchivs, betrieben von der Firma Transit. Sie finden dort zur Weimarer Republik im Moment 50 Dokumentarfilme, vor allen Dingen Ausschnitte aus Wochenschauen, Emelka-Wochenschauen, Mester-Wochenschauen, die einen sehr guten Einblick in diese frühe Weimarer Republik auch ermöglichen und sicher ein besonderer Schatz an Kulturgut auch sind. Zeitnah werden 20 weitere Filme in der Filmothek auch eingestellt werden, die schon digitalisiert sind, aber im Moment noch nicht in die Filmothek eingepflegt. Die Filmothek hat auch die ausführliche Metadaten zu den jeweiligen Filmen, ein weiterer Bonus, den die Filmothek liefert und sie dient der kommerziellen Benutzung, die kommerzielle Verwertung der Filme. Ich springe zurück aufs Portal. Wir waren jetzt bei dem Zugang finden als strukturierten Zugang. Der Zugang entdecken fokussiert eher den thematischen Zugang. Wir haben vier Themenschwerpunkte gewählt. Einmal liegt der Schwerpunkt auf dem Umbruch des politischen Systems. Einmal wird der Blick eher nach innen gerichtet. Er fokussiert die besiegte Nationen, fokussiert die Bewältigung der Kriegsfolgen und die Rückkehr in die Zivilgesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Der Schwerpunkt nach dem Großen Krieg fokussiert den Aspekt der Neuausrichtung in der Staatengemeinschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Aufbruch in die Moderne fokussiert eher die kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte. Dieser thematische Zugang bietet dann, dahinter finden Sie virtuelle Galerien und der bietet dann tatsächlich auch einmal einen Blick auf einzelne Dokumente. Wir verstehen das ein bisschen als Schlaglichter auf einzelnen Archivalien, auf einzelnen Themen und als Einladung dazu, selbst ein bisschen zu stöbern und zu entdecken, welche Themen man alles mit unserem Archiv gut recherchieren kann und welche Fragen man noch stellen kann. Der Aspekt Erleben richtet sich sicher sehr auch an Schüler und Lehrer und ist ein Versuch, einfach mal eine andere Herangehensweise an Archivgut zu bieten. Wir haben hier Angebote zum Hören, Sehen und Selbstausprobieren hinterlegt. Unter anderem können Sie hier in den Archivgesprächen Interviews zu Hintergründen und Fachfragen zum Portal hören. Wir haben da im Moment drei Interviews hinterlegt, das wird auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden. Wir versprechen uns da einen einfacheren Zugang zu vielleicht manchmal komplexeren Fragestellungen, die man, wo Nutzer unter Umständen vor einer schriftlichen Niederlegung vielleicht zurückschrecken, aber sich so ein Interview mal anhören. Dann sind die Quellen-Mindnaps an der Stelle zu finden. Das ist ein Format zur Visualisierung einer Quelle mit ihren unterschiedlichen Aspekten. Man kann an dieser Stelle alle Fragestellungen, die man an so eine Quelle richten kann, alle Aspekte, die eine Quelle beinhaltet, visualisieren und geordnet darstellen. Also inhaltliche Fragestellungen, die Akteure einer Quelle, zeitgeschichtliche Hintergründe, aktenkundliche Fragestellungen und hinter den einzelnen vernetzten Aspekten, die Sie da sehen, finden sich dann auch Links, nicht überall, aber teilweise, die dann wieder weiterführen zu anderen Inhalten unseres Portals und zu den Suchsystemen. Dann haben wir zwei interaktive Angebote hinterlegt. Das eine ist der Wahlkompass 1919, zur Wahl zur Nationalversammlung 1919. Anhand von 21 Fragestellungen kann man testen, wie die eigene Position sich mit den Parteien, die 1919 angetreten sind, zur Wahl spiegelt oder deckt. Das zweite Angebot ist das Spiel der Lebenswege, das von der Situation ausgeht, dass ein Kriegsheimkehrer nach Ende des Ersten Weltkrieges nach Hause kehrt und jetzt erst seinen Platz in der Gesellschaft finden muss. In den zwei Polen wird er revolutionär oder geht er in die Freikurs, kann man auf fünf Stufen unterschiedliche Lebenswege durchspielen und so natürlich etwas mehr über die Zeit erfahren. Dann haben wir im Fokusthema noch die Möglichkeit, einzelne Aspekte besonders hervorzuheben. Im Moment ist das das Wahlrecht. Wir haben hier den Film Anna Müller-Linke kandidiert hinterlegt und einige Informationen dazu auch bereitgestellt. Wenn die Zeit reicht, zeige ich da auch gleich noch einen kleinen Ausschnitt. Als letzten Punkt haben wir einen Blog in das Portal eingebunden. Der Blog ist schon 2016 entstanden und hat dieses Projekt begleitet. Wir fanden dann, als wir 2018 mit dem Portal online gegangen sind, es ist einfach zu schade, diesen Blog einzustellen, weil doch viele Inhalte mittlerweile damit verbunden sind. Er wird jetzt weiter betrieben und wir hinterlegen Neuigkeiten in diesem Blog zum Projekt und man kann es nutzen, um Kommentare zu hinterlegen. Ein ganz kurzes Fazit. Wichtig ist mir nochmal hervorzuheben, dass es sich hier nicht um ein singuläres Digitalisierungsprojekt handelt, sondern dass es im Rahmen von strategischen Überlegungen entsteht und dass die Digitalisierung und digitale Bereitstellung weiter fortgeführt wird. und wir verstehen dieses Projekt auch als Plattform für die Entwicklung zukünftiger Präsentationsmöglichkeiten. Wenn wir ehrlich sind, stehen wir erst am Anfang bei diesen Fragestellungen, lernen da selbst im Moment noch viel, sehen auch, wo unsere großen Herausforderungen liegen, unter anderem ist eigentlich die größte Herausforderung im Moment bei uns, die Speicherung dieser großen Datenvolumen, die wir als Master Digitalisat ja im digitalen Magazin Langzeit sichern. Da werden wir sicher noch einige Entwicklungsschritte gehen müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.